Achtung Achtung jetzt wird es wieder heiß und fertig wir spielen heute eine runde CSGO äh CSGO sag ich schon CS4 Alter was ich bin schon mal 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 2.3 1.3 1.3 1.3 2.4 2.4 Ich bin ja einfach den erstbesten Server geshoint, Freunde. Da war doch gerade ein Hacker, oder? Ich hab hier einen Hacker gesehen. Was hat der? Hat er eine Lightvision gekauft, oder was? Ist die Grafik so kacke? War das immer so? Hier ist es nicht so. Jetzt ist es auch nicht mehr so. Okay, man kriegt die Nomade schon ein bisschen zurück. Okay, okay. Oh, Sensivitis, nicht da vorne. Ich bin mal durch. Come on, bitches. ja ich lebe noch als ich bin dauer ich habe es gewonnen, nein gut, dass ich diesen Mann habe noch einen kurzen, vielleicht warum sind diese viele Tore wow, dieser Mann ist lecker als fuck hab ich, ich hab den geholt ah, schade wie habe ich den geholt bruder, da muss ich aber los ich suche mal einen anderen Server dass wir hier irgendwas cooles rankriegen deathmatch classic, das sieht doch gut aus auf office Freunde, auf office deathmatch classic mich wundert, dass noch so viele spielen hmm, aber den Headshot, ey, Freunde den hat man noch nicht gesehen, oder? Skill ist auf jeden Fall noch da Homero ich kann es nicht aufjagen ich kann es nicht aufjagen ich kann es nicht aufjagen was damit nicht Nein, das ist süß, aber zwei Kills schon, ein Headshot, wieder nice gesessen. Manakill, Killing Spree, Jubiläte, Double Kill, Killing Spree, Killing Spree. BAM, Double Kill. Nice, wieder der nächste Supporter. Juhu, Killing Spree, was da noch? Das war auch meine eigentlich. Nein, jetzt muss ich... 7-3, Freunde. Das war ganz nett. Kennt ihr die Map noch von früher? Was? Ich treff ihn nicht. Los, los, los. Ja, das war auch bei mir, würde ich sagen. Brauche Verstärkung. Gib mir Dekum. Geht. Brauche Verstärkung. Don't go. Come on. Ich bin reingeholt, aber positive KD. Zweier KD, Freunde. Am Start. Läuft bei mir. Ja, ich hoffe, ihr hört euch Baba. Was ist das? Halt vom Morden. Wieder Pito geholt, frei oder so. Nice, auf jeden Fall. Was? Der holt mich? Okay, immer noch 2er KD. Okay, aber langsam muss ich drum kämpfen. Okay, geht's jetzt weiter, oder was? Okay, nice. 15,7. Ich weiß, wie viel geht's, 100, oder? Okay, los geht's. Okay, wir spielen ein bisschen länger, Freunde. Das ist noch alle beschweren. Das war ein guter Nade. Oh, fuck. Okay, 15,8. Alles gut, alles gut. Ai, ai, ai. Brauche Verstärkung. Ich mache mal das Spiel noch ein bisschen leiser. Ich glaube, ihr hört mich die ganze Zeit einfach gar nicht. Ja, das ist doch schon besser. Das ist ein Freund. Habe ich den hinteren auch nicht bekommen? Oh, da muss ich aber los sein. Was? Oh, von da. Come on. Langsam, langsam geht die KD ins Negative. Hä? Oh, von ganz hinten hockt er mit ABP. Wie kann man kaufen? Ich befinde mich nicht in der Kaufzone. Wie schattet man nochmal? Jetzt. Killing Spree. Double kill. Noin. Los, los, los. Double kill. Okay, mal gespannt, was für eine Waffe ist ich jetzt. Oh, MP5. Double kill. Was, das? Braucht nichts mehr, oder? Man sieht es, glaube ich, nie. Oder ich weiß nicht wo. Killing Spree. Farmas. Nice, verrückt. Killing Spree. Double kill. Double kill. Fuck, ich glaube, krass. Das war dann auch, ey. Nur einer. Oh, Mann. Immer noch positive KD, das ist die Hauptsache. Erstmal. Shotgun am Start. Don't kill. Rauchen Verstärkung. Da habe ich den jetzt mit der Shotgun auf die Entferne. Killing double kill. Fuck, ich wollte das gar nicht aus. Killing Spree kill. Augen der��weiber, die gewaschen ja scheinbar vor. somehow. Die Venture sind alle scheinbar vor. Ah fuck. Alter, da habe ich jetzt viele Krits gemacht, glaube ich. Das macht mir sogar Laune, Freunde, muss ich sagen. Ey, der stimmt doch nicht, ne? Oh mein Gott, das ist ja wirklich okay. Oh, Uzi. Ernsthaft? Ich hab mit dem Uzi einen Gegner geholt. Oh mein Gott, ich hab mit dem Uzi einen Gegner geholt. Okay. Oh, Schratze wieder am Start, nice. Da kann ich schon vorlesen. Multi-Kill, Meta-Kill. Killing Spree, Rampage. Killing Spree. Ah, der hat das gesehen. Fuck ey. Aber geile KD, oh. Alles am Start hier. Bockt auf jeden Fall, Freunde. Bockt auf jeden Fall. Ich würd' auch sagen, wir führen. Ohne jetzt genaues Ergebnis zu müssen, aber... Was? Der hat doch nix. 13 AP oder so. Oder 17. Klar, keine Mathe. Tut mir echt leid. Los, los, los. Los, los, los. Oh, ich hab einen Geholt. Ah, der haut auch rein von nur rein, ne? Wir hatten früher auch eigenes Server im Contest. Wuhuuhu. Okay, zeigt euch das. Los, los, los. Killing Spree. Okay, wir gehen uns da. Was ist das für mich? Wuhuuhu. Ah, nachladen. Wuhuuhu. Jawoll, da haben wir gewonnen, Freunde. Ich würd' sagen, auch wenn's mega Laune macht, war's das erst mal. Ähm, ja, CS Source macht meiner Meinung nach sogar mehr Laune als Counter-Strike, äh, was haben wir da letztes Mal gespielt? Global Offensive. Wir werden auch noch irgendwann 1.6 testen. Seid dann auch auf jeden Fall dabei, wenn's euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch gerne bei meinen anderen Videos rein. Bis dann und rein. Ciao. 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 .